Laurent ist Harry, das ist ein Youtube-Kanal, auf Youtube, Youtube gibt es schon seit Ewigkeiten und Laurent, Harry, auch die Gitarre. Weißt du, wo wir da echt nachgehen? Wahrscheinlich bin ich happy, oder? Gibt es mal ein Bild? Ich habe hier gerade die eine Kamera... Was war's hier? Ich war auch zuerst so. Magst du jetzt jetzt ein bisschen vorgestellten? Ja, vorgestellten. Ja, vorgestellten. Aber was stimmt? Jaaa! 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 Ja, weil das andere Zeug noch hat. Ja, voll, ne? Ja, voll, ne? Der Kleider kann auch schon zocken. Ja, klar. Ja, aber das ist ja quasi neig. Jaaa! 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 於huuu! Ok, warum hab ich keiner else? Alex? Jaaa, du hattest das! Fantastisch! Nächste, oder wenn hier noch so... Jaaa? Jaaa! Guck mal, halt den Mund. Ach, wir wollen immer hochgepacken, machen sie! Ach, wir wollen mal hochgepacken! Super Hex! Super Hex! ... ... ... ... ... ... ... Schuss, wer ist das? Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja! Ja, du. Das ist so schön. Hast du gut gemacht, brav! Halte, halte! Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell! Jetzt bin ich dran! Ich bin doch nicht fertig, ich bin bei den Bergen. Das war jetzt ein Brei? Und ne Witze? Und dann sollte man Schatten sie dann. Musik Oh, 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 oh! Musik 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 Hallo, wie geht es euch, meine Fans? Dann bitte liked und abonniert. Hallo meine Fans! Und bitte like dieses Video weiter an eure Freunde und Familie. Danke, tschüss. Ja! Hallo Leute! Ich bin in der Presse-Zegan, ich bin aus dem Monaco, ich habe heute ein Konzert gehabt und habe mich bei den Feinchen hier angeladen, man schaue, weil da ist immer eine Familie von mir und da ist schon wieder ein anderes Konzert, wo ich gerne Denenau haben will. Und Lohan ist einer der beste Nachwuchs in dem Fußballbereich, der ist eine Goldfrupper. Und wir machen das so gut und wir versuchen ihn zu unterstützen, weil das ist eine Nachwuchs und das ist eine Zukunft in Österreich. Noch einmal, ich bin Prinzeca und wie heißt du? Wow! Lohan und meine Schwester, Antonia. Lohan bleibt da, geht nicht weg. Und Alex, jetzt Lohan, hast du was zu sagen ein bisschen? Ja, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Und so viel haben wir auch getroffen. Du kannst auch vielleicht bei Prinzeca deinen Kanal auch abonnieren. Super, das heißt, Lohan hat gerade gesagt, man könnte auch bei mir abonnieren und wir abonnieren bei ihm. Und wir machen eine Art von Link, wir verlinken uns, oder? Super, und alles Gute zu Hause, wo ihr seid, wir sehen uns wieder. Tschüss! Tschüss! Super! Ja! Hallo, ich bin der David und ich liebe Sport und bitte abonnierende Lorraine. Vielen, vielen, vielen Dank und abonnieren. Tschüss. Und liebe Grüße von Prinz Seca. Ja, aber wenn es zu hohe ist, dann fliegt es wegen dem Windweg. Tschüss. Dump, dump, dump. Hinterher. Einmal. Nein! Nein! Was ist der? Nein! Das ist alles mein. Das ist mein! Nein! 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 Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Ah! Der Bier! Der Bier! Danke. Nicht mehr zu scharf rein. Oh mein Gott. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Nicht so. Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh, das ist gut. Musik 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 Für was ist das hier? Das ist um 40? Ich. 20 Uhr. Nein, 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 nein. Ich. Ich, 30 Uhr. Oh, okay. Okay. Musik 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 Ich habe gerade einen neuen Song beschrieben, Alex, ich habe einen Song beschrieben, Alex, Alex, ich habe gerade einen Song für dich geschrieben, einen Song für dich, Alex. Alex, 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 ich habe gerade einen Song für dich geschrieben. Siehst du mit, Alex? Ich habe einen Song für Alex, ich bin bei den Frauen, Kolumbia, Keveline Hack heute im Einsatz. Und bitte abonniert weiterhin meinen Freund Lorenz Harisch auf YouTube. So, liebe Eltern, liebe Trainer. Hallo, ich bin Namit. Hallo, ich bin Namit. Hallo, ich bin Namit. Ich bin Namit. Wir kommen schon nach der Volksschule. Und wir fahren heute mit Lorenz und wir fahren nach Ortenstein. Und wir fahren mit diesen Mustern. Mit Lorenz. Wir fahren nach Niederöfen und Malch. Und ich werde sicher, wir werden sicher so viel Spaß haben. Ich habe mich gefreut. Und ich hoffe, wir werden noch mehr Zeit gespotten. Mit Lorenz Harisch auf YouTube, bitte Lorenz Harisch auf YouTube abonnieren. Und dann viel Spaß. Danke. Tschüss. Wie einzig angelaстрiert. Ein Applaus! Hallo, ich bin Marco, ich spiele Magnolia um 14 Uhr und heute ist hier ein tolles Fest bei Grünwort. Und ich grüße meine besten Freunde, Ehrlich, Ehrlich und Schöner und Jahrhundert. Hallo, ich bin Laurent, wenn ihr hier neu seid im Kanal, bitte abonniert und lasst ein Like da und schreibt bitte auch noch ein paar Kommentare. Und heute ist ein Fest, aber zuerst grüße ich mal meine Freunde Marcel, Romit, Jerry, Marco, und André, sehr viele. Dorian auch? Hat ich schon mitgesagt? Ja. Und ich grüße meine Geschwister und meine Familie, mein Trainer Rainer, Sascha und Alex. Tschüss. Hallo, mein Name ist John Romainer, ich bin hier in der Zeitung. Und schreibt bitte alle in die Kommentare hier im Studio. Und ich grüße meine Mutter und mein Vater. Tschüss. Wie sein Papa? Und ich grüße meine Guys? Ja ihre Menge, nicht gar nicht, was ich sie weiß. Ich grüße meine Mutter und meine Mutter. Und ich grüße meine Mutter und mein Vater hat sich Ajaj, denn sie grüße meine Mutter und ihm, schwimmen sie auch mit ihr? Ja sie realized, ich guckt mich dort, der ist ja eine Vorteile. Okay. 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 Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Musik 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 Hallo, Servus, jetzt wir sind in Wien und heute ist 2. Juni 2019 und dann wir sind mit Lia, Lorenz, Lorenz, Schwester und dann haben wir Spaß, wir haben uns sehr spontan gefunden und dann jetzt wir sehen sehr mögliche bekannte Personen für die Zukunft und dann bitte nicht vergessen zu folgen Und dann in dieser Kunde, Sie können abonniert machen und dann viel Glück, es gibt ein gutes Geschenk, Sie können irgendwo in Wien das einfach suchen finden und dann bitte folgen Sie, Lorenz, es ist da, es ist da, es ist da, es ist da, tschüssi, schönen Tag noch, tschüss. Dankeschön, dass ihr uns abonniert habt, tschüss. Tschüss. Alles? Hallo, ich heiße der Cilu und ich spiele Fußball im Red Star und ich kenne Lorenz gut, weil er ein guter Torwart ist und er hat ihn oft bei uns trainiert. Und er hat einen YouTube-Kanal, er heißt Lorenz und deswegen abonniert ihn bitte. Hallo, ich bin Andrea, ich bin Lorenz und ich bin Lorenz Bruder und abonniert, macht, dass ihr uns abonniert habt und dann bitte abonniert. Hallo, ich bin Alex, ich bin Lorenz Bruder und danke, dass ihr uns abonniert habt. Tschüss. Danke für die Abonente. Tschüss. Ja, hallo, willkommen beim neuen Video auf seinem Kanal, Lorenz hat ich. Und, ähm, ja, es gibt hier viele freshe News und Videos und alles toll und alles dran. Folgt dem Kanal auf jeden Fall. Lass bei dem Video ein Like da und kommentiert, wenn ich es noch sagen muss. Liked, alles mit dazu. Außerdem folgt auch meinem Instagram-Account, angelo.angelo.briski. Ja, und mir, ryan-waren12. Ich meine, ich danke, ich bin heute so drügend mit meinen Freunden los. Ja, wir sind heute mit meinen Freunden hier. Wir waren gerade beim Training. Vor dem Training waren wir im Stadioncenter. Leider kein neues Guthaben gefunden. Aber trotzdem, da sind wir zum Training gefahren. Einfach ganz chillig Platz trainieren. Und, ja, jetzt kommen wir wieder nach Hause und chillen dann ein bisschen zu Hause. Und vergesst nicht zu abonnieren. Danke, bitte. Folgt auf jeden Fall angelo.briski. Alles zusammen, kleingeschrieben. Und ryan-waren12. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Hallo, ich bin Alexander Haftisch. Ich weiß nicht, wie ich bin, aber ihr wisst, wie ich bin. Es ist weiß, grün. Bravo ein bisschen. Ja, wo bin ich? Wenn ihr es wisst, dann schreibt unten bei unserem Video und abonniert uns. Tschüss. Hallo.